Glauben Sie nicht alles, was man hier erzählt? Ich glaube das, was ich sehe. Der kalte Winter neigt sich dem Ende zu. Die ersten Blumen blühen. Die ersten Vögel zwitschern. Die Sonne scheint uns ins Gesicht. Worauf habe ich mich denn nur eingelassen? Ich bin bereit, von vorne anzufangen. Wir fühlen wieder die Freude des Lebens. Jetzt haben wir es gleich. Und spüren Schmetterlinge im Bauch. Phase 2 ist Boden und Kohlen. Das ist der Frühling mit den neuen Telenovelas auf Anixe. Tschüss, Salute.